Guten Tag hier mit der Deutschen Welle und ich habe auch eine Frage an Sané und ist das okay, wenn ich dich auf Englisch frage? Ja. Ja, okay. So für your own personal development, do you feel that the Nations League is better or the friendlies? Because on one side you have more pressure, there's a lot more at stake with the Nations League, but with the friendlies you get to experiment more. So for your own development. Antworte ich auf Englisch oder Deutsch? Oh, einfacher für dich. Kannst du eine bessere Antwort auf Deutsch oder auf Englisch geben? Ich spreche besser Englisch als Deutsch, glaube ich. Jo, 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 jo. Oh, oh, oh.